ich möchte auf diesem wege all unseren kunden kundinnen mitarbeiter mitarbeiterinnen schöne feiertage ein glückliches vor allem gesundes neues jahr wünschen wir mich für die treue bedanken und die leds die hier auf meinem haupte blinken haben was mit unserem neuen produkt zu tun eine nicht weihnachts zipfeln mützen sondern schaut mal unter regen punkt link schrägstrich licht nach da erklären sich auch die weihnachts leds bleibt gesund happy new year und bis bald in 2022